Meister Detektiv Pikachu ist zurück, im Shop gibt es eine neue Pose und ab morgen gibt es in 5 Stern Rates Schling King erstmals auch als Shiny zu fangen. Starten wir rein in das brandneue Event. Meister Detektiv Pikachu kehrt zurück. Dieses Event ist bereits heute Morgen um 10 Uhr gestartet und läuft noch bis zum 9. Oktober 20 Uhr. Im Rampel steht diesmal Meister Detektiv Pikachu mit seinem kleinen Hut. Er hat auch eine Lupe dabei und lässt sich in Raichu weiterentwickeln. Dazu kommt noch sein treuer Kollege Flegmon, dieser trägt dieses Mal einen Cowboy-Hut. Natürlich gehören zu diesem Event auch weitere wilde Pokémon. Freut euch auf Hukano, Alola, Kokowai oder vielleicht darf es doch ein Karpado sein. Satu ist mit von der Partie, Bluebella und Lothurzel dürfen nicht fehlen, sowie natürlich auch noch ein Palim Palim. Zu guter Letzt gesellen sich noch Bronxel und Pikulente, als auch Wommel und Legios mit dazu. Einige davon können in Shiny sein, einige nicht. Könnt ihr bei mir rechts in der Grafik sehen, da wo ein kleiner weißer Punkt oben drüber ist. Diese Pokémon könnt ihr in Shiny fangen. Es gibt eine befristete Forschung, für die ihr vier Tage Zeit habt. Hier müsst ihr fünf Aufgaben lösen und hinter jeder Belohnung könnt ihr ein Meister Detektiv Pikachu erhalten. Ebenfalls in Shiny möglich. Ich hatte hier leider kein Glück, aber ich will da mal nicht meckern. Mein Glück hat ja schon bei Shiny Flickmon zugeschlagen. Die befristete Forschung ist zweigeteilt. Habt ihr alle Aufgaben gelöst, wird sich Professor Willow bei euch melden und euch, sagen wir mal, ein kleines Detektivrätsel aufgeben. Habt ihr dieses ebenfalls erfolgreich gelöst, so ist die befristete Forschung abgeschlossen. Obendrauf gibt es noch eine Sammlerherausforderung. Hier müsst ihr Serpifoi, Bautz und Mogelbaum über eine Feldforschung fangen. Die Eventboni sind dieses Mal ein bisschen geizig gehalten. Ganze zwei Stück gibt es nur. Zu einem ist es doppelter EP bei Drehen von Pokestops und zum anderen ist es eine Schnappschussbegegnung einmal am Tag mit Meister Detektiv Pikachu. Zu guter Letzt gibt es im Shop noch eine neue Avatar-Pose im Meister Detektiv Pikachu-Style. Also wer immer schon mal als Meister Detektiv Pikachu ein bisschen rumlaufen wollte, hier könnt ihr ihm jetzt nacheifern. Mein persönliches Highlight startet morgen am 6. Oktober. Denn dann ist es zum allerersten Mal möglich, Schlinking auch in Shiny zu fangen und schaut ihn euch an. Auch Schwarz wird einfach weiß. Er sieht sowas von Knuffer aus. Also ohne ihn bis jetzt gesehen zu haben, sicherlich schon eines meiner Lieblings-Shinies. Schlinking hat eine Schwäche gegen Fee und hier freut sich mein Krypo Grannenbull ganz besonders. Level 50, ein Hunderter, obendrauf noch Best Buddy. Na Schlinking, dann pass mal gut auf. Ob meine Shiny-Jagd erfolgreich war, erfahrt ihr selbstverständlich in den nächsten Videos. Bis dann, tschüss und ciao, euer SureTalk. Bye Bye.